Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Road 2000 Points Skywars auf Draft.de und ich bin wieder mal in der Lobby gehe direkt zu Skywars und ja meine Kamera ist wieder anders positioniert sie ist jetzt genau vor mir der ist gerade im TS ich gehe sofort in die neue Runde und kauf mir kein Kit so doch die Map kann ich ich habe gerade einen kleinen Vlog aufgenommen der sollte heute Nacht noch online kommen den werde ich jetzt gleich schneiden denn meine neue Kamera ist da hab sie hier auch gerade die ist hammer geil auf jeden Fall wir müssen einfach nur hoffen dass wir nicht runtergeschossen werden und vielleicht was ist das ist das ist das ist das ist doch gut wenn wir jetzt verlieren dann werde ich ein bisschen weinen und dann wieder lachen wir müssen einfach nur hoffen dass wir nicht runtergeschossen und vielleicht wasser setzen was ich vielleicht noch sagen kann was mir neulich bei Skywars aufgefallen ist wenn dieses Wasser manchmal nicht kommt wenn der Eisblock einfach kaputt geht liegt das daran dass da kommt drunter alter noch eine noch eine Diäose jetzt ist aber richtig richtig abfahrtsschutz 2 schutz 2 schutz 2 1 2 3 4 jetzt ist erstmal Kisten ein bisschen ausrüsten und dann gehen wir auch gleich drauf ich sehe gerade meine Mikrofon Tonwellen die gehen sowas von fett ab gerade und ich bin zu behindert ne göttlich wenn ihr sehen wollt was jetzt hier so hinter den ganzen Sachen von Skywars abging guckt auf jeden Fall mal beim ich gucke immer darüber bei meiner Kamera gerade auf jeden Fall beim Vlog mal vorbei wenn das jemand interessiert was da so alles im Hintergrund passiert da habe ich ein bisschen was aufgenommen und ich gehe mal hier auf den Turm gucke vielleicht kann ich von da oben gleich jemand snippern das ist bis jetzt das tut ich sehe keine anderen verkürzt er es ruckelt mal da top die Punkte 1000 points jetzt ist aber tot was wie fährt der alter ja yo auch wenn das Lenny ist ich brauche den Punkt fall nämlich hier mit und ich will sagen jetzt sind wir erstmal ein bisschen zurück was hier noch liegt oder die Goldäpfel die brauche ich die brauche ich die brauche ich die brauche ich äh das brauche ich nicht das ja Goldäpfel nice ähm schutz 2 auf jeden Fall so das nicht das nicht das nicht Eier sind gut 8 Pfeile ist nice und vielleicht nehmen wir die Eier doch lieber weg für nehm so ach schutz ist weg wie ich das ganze Inventar gerade verschoben habe habt ihr das gesehen heftig so es leben noch zwei andere der ist da oben das hat keinen Sinn mehr äh ich denke mal wir gehen da jetzt hoch jo und sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen auf jeden Fall danke erstmal für 52 Abonnenten ich denke mal da wird noch was drüber kommen vielleicht kommt auch schon bald mein eigenes Tech-Shopig raus das macht mir jemand und ich denke das wird ziemlich cool hoffe ich zumindest ich bin der Meinung der ist da in den hab ich gehört oder auch nicht der wird hier gegner darum ist einer den kann ich runter schießen so dann ist es nur noch Lenny top selbst geangelt Spannend spannend ich denke ich bin einfach hier oben der ist da hinten na gut da ist die Frage was machen wir jetzt gehen wir rauf oder gehen wir nicht rauf kommt an Trickshot ey ach komm wisst du was Alter what the fuck top ich treffe ihn nicht mal ich treffe ihn nicht ich treffe ihn nicht warte wie fehlt der aus nice wir haben gewonnen gegen Lenny GG auf jeden Fall oh boah die Lobby ne die ist krass was sie gebracht hat ich will gar nicht wissen was da drunter ist und ich hoffe euch hat die kleinen Folge gefallen wir haben ja 8 Minuten locker drin äh haben jetzt 42 Punkte das sind schon war noch 960 ne 960 960 10.000 Punkte wären natürlich auch cool und ja ich hoffe es euch gefallen und ja würde ich mich sehr über eine Bewertung oder ein Abo freuen und ja auf dem Fall auf Twitter vorbei vielleicht auch bei dem Vlog da seht ihr so was dahinter alles passiert ist und wie ich sagen wir sind es in einem der nächsten Folgen ich denke es war 500 Freddy's oder was gibt es noch Community Projekt und wie ich sagen wir sind es irgendwann und bis zum nächsten Mal Tschüss